Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Arise. Wir haben ja beim letzten Mal das Monster von Burk Volcano besiegt. Und jetzt gehen wir weiter, mal sehen ob wir unser Sternschiff finden. Okay, Outer Area, mhm. Oh. Stimmt, das ist tatsächlich gut. Bei Cell, Cell erstmal, Goldschunk, mhm. Bei, ich schau mal kurz. Da sind keine neuen. Erstmal 6, 1. Lifebuttle 2. Dann Forge Reppen. Okay, ich muss halt schauen. Supreme Ignis Raw. Farmshield kann ich nicht machen, aber der bringt mir auch nichts. So, mhm. Cursed Clock, mhm. Also, Farming Issue. Gut. Dich nehm ich dann einmal. Dich nehm ich einmal. Und die anderen kann ich mir nicht leisten. Dich nehm ich mir einfach so viel Geld spenden? So. Jetzt haben wir unser Fluggerät. Yippie ae. Die Frage ist, wer kann's fliegen. Und die Frage ist, wer ist es? Und ich bin ein bisschen. Dich? Ja. Dich? 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 Hm, 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 hm. I really am from a different time and place. Yeah, but you've got us now, Alphen. Not only that, but you've helped out so many people, too. Law's right. Rinwell, too. You're one of us now. No more carrying the weight of history on your shoulders. You're a part of this world. Right. Thanks, you guys. Adorable. What's with Xion? She's like... Back. Oh, there's a camping ground. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, shit. I'll leave it up to you as to how we proceed, Alphen. Works for me. Okay. What's with Xion? Oh, fast to all point. Okay. Was macht... Okay, da kann ich gerade nichts machen. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Mhm. 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 Das von... Und das von Rönnberg. Okay. Mhm. 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 Die sind alle eingedöst. Mhm. 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 Was macht sie? Nicht schon wieder, ey. Geh, oder ich schiebe. Wenn das so ist, dann geh und schiebe mich! Sie kann nicht. Hey, Anne, komm! Erinnerst du, wenn ich von Rolron zu schiebe? Ja. Ich dachte sicher, dass er dich da zu schiebe. Das war nicht die erste Mal. Die erste Mal war, wenn ich nur ein Kind war. Nachdem, egal wie oft, konnte ich einfach nicht sterben. Du konnte nicht sterben? Also, du bist ein Mortal? Wie ist das denn... Halt die Fresse los. Wie ist das so möglich? Das sind die Dornen. Sie sind ich, aber gleichzeitig nicht. Sie sind ein Teil von mir. Ich habe keine Ahnung warum. Aber meine Dornen will niemals mich sterben. At least, nicht bevor ich zu sein. Du kannst nicht sterben bevor du deine Todes. Wenn meine Dornen sich liberieren. Es wird meine Todes. Es wird meine Todes. Ich habe es gesehen. Eine Dornen, die alles aufhörst, bis nichts bleibt. Es ist eine Vision von Oblivion. Ich kann nicht ausgehen. Ich habe es gesehen. Ich möchte glauben, dass es alles nur ein schlechtes Traum ist. Aber egal, was ich mir sagen... Ich... Ich weiß, dass es nicht... Ja, aber du... Oh. Ich warte, dass du, wenn du... der Renes Alma brauchst hast... war für deine Dornen, da sindarrach. Oder ... Wenn ich was im Hintergrund schraue, dann wird es was mit dem Rest von mir passieren. Genau. Entweder wie du siehst, dann werde ich sterben. Aber wenn ich sterbe, dann kann ich meine Thornen mit mir ausziehen. Das ist das, was ich seit dem ganzen Zeit habe. Das ist das, was ich seitdem. Wenn du auf deine Freundinnen und weiss mit uns kämpfst, ist es nicht wahr? Und während wir alle kämpfst, um zu leben, hast du mit uns kämpfst, um zu sterben. Das war der Plan? Aber dann habe ich mich vorher kennengelernt. Und ich... bevor ich es wusste, ich wollte nicht mehr sterben. Shion, noch keine Hoffnung. Wir finden einen Weg, um dich zu retten. Es gibt noch Zeit, um zu retten. Es ist nicht sinnvoll. Warum? Weil die Dunkelheit nicht nur mich zu retten. Die Wahrheit ist, es wird auch alles zu retten. Es war nur eine Beweilung. Aber seit der Red Woman hat meine Macht, ich bin mehr sicher als früher. Ich bin mehr als früher. Es war dann... ... dass ich endlich kam, dass meine Macht, meine Gäste in Beweilung die ganze Zeit in Beweilung. Aber sie sind nicht mehr. nicht seit Lenechus, wenn die Wedge fällt. Every day, ich fühle mich die Macht, die Gäste in mir zu werden. sehr schnell, ich kann sie nicht mehr zurück. Und wenn das passiert... ... sie werden die ganze Existenz. Und das ist warum, dass Sie sich selbst verlassen haben. Sie planen, zu finden die Renes Alma selbst und sich selbst zu retten. nicht die Gäste. Aber das ist... ... zu viel. Es ist viel zu viel. Wenn das alles begann... ... habe ich mich nicht interessiert, was zu mir oder jemand anderen passiert. Und was zu den Rennen oder den Dannen war nicht mehr für mich. Ich weiß, dass ich sterbe. Aber ich will nicht. Aber jetzt habe ich das. Ich will nicht. Ich wünsche mich niemals. Dann muss ich mich so fühlen. Dann muss ich mich so fühlen. Sie haben! Elfen! Elfen! Ich will nur leben, um zu sterben zu sterben. Es ist nicht besser, als zu sein, als zu sein. Wie kannst du das machen? Elfen! Das ist nicht fair. Ich will nicht sagen, was jemand sagen. Ich werde es nicht passieren. Ich werde es nicht passieren. Ich werde es tun. Wir können das kämpfen. Wir kämpfen. Wir kämpfen bis zum Ende zusammen. Das ist nicht das, was du mir gesagt hast? Das ist nicht das, was du mir gesagt hast? Auch wenn es das bedeutet, dass es das Ende der anderen auch sein wird? Wie kannst du auch das machen? Wie kannst du das machen? Das ist deine Entscheidung, das ist die Entscheidung. Aber wenn du nicht sterben möchtest, ich werde, auch wenn ich so alleine ein werde. Nein, du schmeißt. Ich werde dich nicht sterben. auch wenn ich es alleine machen. Du wirst auch mit dir. Was ist das? Die Wahrheit der Natur, ich denke, dass wir uns herausfinden, als wir nach Lenegas gehen werden, und die Wahrheit der Wahrheit zu sehen, was hier passiert ist. Ich denke, dass du siehst, dass wir ein Weg finden, um ihre Thorns zu entfernen und sie zu leben? Das ist sicherlich möglich. Doch ich denke, dass die Natur des Sovereignen ein bisschen verbunden ist. So be es. Ich habe bereits verloren, was ich hatte, und ich werde es nicht wieder passieren. Was ich da etwas? Das ist so, was ich bei dir ist. Oh, das ist so, was ich bin. Oh, nein. Oh, das war wirklich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Leute... Sie sind alle so dumm. Vielen Dank, alle. Und das ist das, was ich. Und das ist das, was ich. Und das ist das, was ich. Ich will mit euch. Also, gehen wir. Auf die Lenechus. Oh, ich dachte, wir sind. Okay, talk to the party members. Yay. Das ist genial. Okay, talk to the party members. Yay. Das ist genial. Das ist das, was passiert. Das ist das, was passiert. Das ist das, was wir vor uns. Aber es ist schwer, dass es etwas, was die Welt zu bringen. Dass diese wirklich sind die Stärken, die wir uns befinden. Nein, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir haben so viele Puzzle in unsere Hand. So viele Klüger. Yet die komplette Bildung uns erläutert. So, woher ihre Thorns fit in? Ich denke, sie müssen sie auf der ganzen Zentren. Sie erinnern, die wir alle hörten, während wir in der Wedge waren, nicht wahr? Ja, ich erinnern. Es war die Wille der Astral Energie der Astral Energie zu sein. Das ist das, was wir alle gedacht haben. Genau. Und von dem, wir können uns herausfinden, wie große Konzentrationen der Astral Energie werden können. Mal zurückkommen, als wir die Shion in Peligion gefunden haben. Als ihre Thorns fiel. Sie enthiel viel mehr Astral Energie, als jeder nur Renan in ihnen hätte. Also, du denkst, dass diese Thornen auch alive sind? Dass ihre Wille sie sie von ihnen sterben? Aber warum wollen sie den ganzen Welt zerstören? Also, das ist das. Ich kann wirklich nicht sicher sagen. Seine Ziel ist immer noch ein Mysterium. Vielleicht ist es nur ein Pfluch, dass ihre Königinnen und König haben sie so gesehen. Sie wissen, ich habe gesehen, seitdem wir uns getroffen haben, dass du liebst herausfinden. Kannst du mich aufhörst? Wenn man sich herausfindet, dass das Welt, die sie damals gedacht haben, ist nur eine falsche Fassade, sie können nicht helfen, aber zu suchen die Wahrheit. Nicht immer. Danke, Sarah. K. Sie sind. Ja, du. Du hast einen Halt von diese Thornen gepackt, nicht wahr? Oh, das? Das war nichts. Wie als die, wie Sie schon durchführt? Also, wenn du dir selbst selbst wirst du so schwer für den Schatz zu beendet, das ist nicht das, dass Sie sich nicht Sie wollen, Sie wissen, dass Sie sich verholt haben, Sie wissen? Ja, ich weiß. Ich werde vorsichtig. Sie sind nicht Sie sind weiß, Ich weiß, wie glücklich sie ist, dass du dich hierher bist, wißt du? Dasschung in, um sie zu retten zu retten zu retten. Ja, ja, sehr lustig. Ich bin ernsthaft. Du gehst und sie nahe, wie du noch die Maske auf hast. Und du hast nicht sogar einen Augenblick. Sie wirklich brauchte das. Das ist das, was ich meine, als ich gesagt habe, dass du sie retten. Just wie du mit dem Rest von uns hast. Ich will nur für Xion das, was wir alle haben. Die Möglichkeit, jemanden zu touchieren, ohne die Angst zu töten. Diese Thorn haben sie von den ganzen typischen Dinge, die wir alle verabschieden haben. Und das ist nicht richtig. Du kannst das wieder sagen. Es ist normal für uns. Aber das macht es nicht mehr speziell oder wichtig für sie. Ich hoffe, sie bekommen, was sie will. Ich habe meine eigenen Traum. Aber eine Welt ohne sie, wo sie sterben, damit wir alle überleben können, ist nicht eine Welt, in die ich will. Gut, auf zur nächsten Person. Hi Runway. Auch wenn wir alle lachen und feiern. Sie hat einfach nur noch nichts gesagt. Ich dachte, sie hat ihre Distanz zu halten, wegen ihrer Thornen. Das war es, weil sie nicht jemanden will, weil sie zu nahe sind. Ich habe nur gedacht, dass sie das type von Person war. Aber es ist nicht so. All diese Zeit, sie fühlt sich, dass sie zu sterben, und sich selbst für das größere Good. Aber dann hat sie auch nicht gesagt, dass sie nichts zu sagen können. Ich weiß. Sie war so allein das ganze Zeit. Wie kann ich sie eine Freundin sagen, und zwar so komplett blind zu alles, was sie durchging? Ich bin sicher, es hat sie gemerkt, zu wissen, dass du da bist für sie. Du glaubst wirklich so? Ja, ich glaube. Wenn sie uns nicht als Freunde denken, ich glaube nicht, dass sie uns als Freunde haben. Ich glaube nicht, dass sie uns immer wieder öffnet. Du warst eine gute Freundin zu ihr, und du bist jetzt noch eine bessere Freundin. Ja. Ich hoffe wirklich. Ich will wirklich sein. Ich will sein, das best ich für sie kann. Wenn du denkst, wir waren alle alleine in unserer eigenen Weise. Aber über die Zeit, wir alle gefunden haben, um uns in unsere Leben zu lassen. Ich hoffe, Xiong ist das auch. Nein, ich meine, ich hoffe, dass sie das mehr machen kann. Viele und viele mehr. Ich denke, es wäre wirklich schön, wenn wir alle einfach da sein könnten, um uns zu unterstützen, wenn es wirklich klappt. Und uns vergessen, über unsere Grudgen und Schmerzen. Oh. So. Mal sehen, was Lorna zu reden hat, und dann... Schauen wir mal weiter, was dann passiert. ... ... ... Schauen? Ja, ... 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